O kommet doch all zur Kübel, er kommet in Hethelhems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht erwartet. So, da die, dass es das Kindlein auf Heu und auf Stroh, zu Maria und Josef betrachten es froh, an die etlichen Hirtenknien betend, da Chor hoch oben schwebt, jubelt der Engel ein Chor. Boah, ist das Tick. Das ist eher der Ton, den ich sowieso habe. Ich sage es nochmal, Rotary Orgel ist intern verstirbt. Das ist manchmal abenteuerlich, wenn man dazu mitsingt. Was gibt es denn noch? Vielleicht kann man nicht verstehen. Den normalen Ton. Das leckt. Verstehen wir uns eigentlich richtig? Wir Kinder, kommet doch alle zur Kübel, er kommet in Bethlehem Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht geht deutlich besser. So, ich höre jetzt auf. So. 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 Vielen Dank.